Welche Erinnerungshilfen benutzt ihr, wenn ihr etwas nicht vergessen wollt? Welche Gedankenstützen haben sich für euch bewährt im Alltag? Ist es der Merkzettel am Spiegel oder auf dem Küchentisch, die Erinnerungsnachricht auf dem Handy oder vielleicht die Kuli-Notiz auf dem Handrücken, der Knoten im Taschentuch ist seit dem Papiertaschentuch ja nicht mehr so ganz erfolgreich. Zumindest kennt es jeder von uns, wir brauchen immer wieder Erinnerungshilfen, wenn wir eine Sache nicht vergessen wollen. Denn es passiert uns, obwohl eine Sache total wichtig ist, rutscht sie in Vergessenheit, weil wir oftmals so viel um die Ohren haben, an so viele Dinge denken, einfach so viel im Sinn haben. Und deshalb werden selbst wichtige, große Informationen in unserem Leben immer wieder zugeschüttet. Es kennt jeder von uns ganz wichtige Sache und trotzdem habe ich sie nicht präsent, ist sie mir nicht vor Augen im Kopf. Und weil das so ist, feiern wir jeden Monat das Abendmahl. Jeden Monat haben wir eine ganz tolle Gedankenstütze. Wir feiern meist am ersten Sonntag im Monat bei uns in der Gemeinde. Und Gott hilft uns dadurch, dass wir uns erinnern können, was er für uns getan hat, was er uns anbietet. Jesus sagt während der Mahlfeier zu seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Kelch trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das Abendmahl soll uns erinnern, soll uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Und durch seinen Tod ist der Bund mit Gott für uns möglich geworden. Durch seinen Tod, mit seinem Blut hat er diesen Bund besiegelt und in Kraft gesetzt. Wir können uns, wenn wir Abendmahl feiern, daran erinnern, Gott hat einen Bund mit mir geschlossen. Und weil Gott unsere Vergesslichkeit kennt, oder lasst es nicht Vergesslichkeit, unser so voll zu sein mit Informationen, deshalb schenkt er uns diese Erinnerungszeichen, diese Erinnerungshilfen. Und er hat uns für den neuen Bund zwei Gedankenstützen geschenkt. Er hat uns die Taufe gegeben, dass wir uns erinnern können und das Abendmahl. Und letzten Sonntag konnten wir die eine Erinnerungshilfe nutzen, denn wir hatten einen ganz tollen Taufgottesdienst am Ludwigsfelder See. Wir haben elf Menschen getauft und wir konnten sehen, dass Gott einen Bund mit uns schließt. Thomas hat in der Predigt den Teuflingen zugesprochen. Gott schließt einen Bund mit euch. Wir konnten es sehen und die Teuflinge konnten es sogar fühlen, spüren, ganz und gar wahrnehmen. Wir haben das Zeichen wahrgenommen, dass Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Und wir dürfen heute halt miteinander diese zweite Erinnerungshilfe nutzen. Wir dürfen sehen, dass Gott einen Bund besiegelt hat. Wir dürfen anfassen und wir dürfen es schmecken. Und das hilft uns. Es hilft uns, dass es sich mehr verankert, dass es immer wieder vorkommt. Dass ich nochmal so einen Punkt habe, so einen Merkposten, wo ich sagen kann, stimmt, so ist es. Uns ganz konkret darauf einzulassen. Und dieser Bund, das ist ein besonderer Bund. Denn wenn Gott einen Bund schließt, ist es anders, als wenn wir Menschen einen Bund schließen. Beim menschlichen Bund ist es ein Vertrag oder eine mündliche Übereinkunft, ein gegenseitiges Versprechen. Ich übernehme Pflichten und ich gestehe dir Rechte zu und erwarte, dass du deine Pflichten übernimmst und mir Rechte zugestehst. Aber bei Gott ist dieser Bund eben anders. Denn es ist Gott, der zuerst und alleine beschließt, dass es den Bund gibt. Und er fragt nicht, ob wir den Bund wollen oder welche Abmachungen uns schmecken und passen würden. Sondern er allein hat entschieden, dass er diesen Bund eingehen will. Er setzt den Bund in Kraft. Durch seine göttliche Autorität, durch seine Macht ist der Bund in Kraft gesetzt. Es ist eine feierliche Erklärung Gottes, zu was er sich verpflichtet, wo er selbst sagt, das nehme ich auf mich, dazu verpflichte ich mich. Und wir Menschen sind deshalb nicht Bündnispartner, sondern an erster Stelle sind wir Empfänger. Wir empfangen einfach, dass Gott sagt, ich schenke dir diesen Bund. Du darfst es empfangen. Meine Selbstverpflichtung gilt dir. Es ist also erst mal, zuerst eine einseitige Zusage Gottes. Klar, jetzt steht es natürlich jedem von uns frei, was er daraus macht. Ob er Bündnispartner werden möchte, ob er das Bündnis eingehen möchte. Wir könnten ja auch sagen, schön und gut Gott, ich brauche deinen Bund überhaupt nicht. Oder wir könnten sagen, du Gott, ich habe dich nicht nach einem Bund gefragt. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt und den lässt er uns bis in die bitterste Konsequenz hinein. Und wir haben den freien Willen, wir können uns entscheiden, möchte ich diesen Bund für mich annehmen oder nicht. Wir haben den freien Willen, uns gegen gute Dinge zu entscheiden. Jeder von uns hat das freie Recht, einen Sechser im Lotto mit Superzahl abzulehnen. Dürfen wir. Gott lässt uns unseren freien Willen. Aber er möchte, dass wir erkennen, was er uns anbietet, was wir durch diesen Bund gewinnen können. Gott möchte, dass wir verstehen, welche Privilegien und welchen Nutzen, welchen Segen wir aus diesem Bund haben. Wir Menschen sollen und dürfen erkennen, dass der Schöpfer der Welt sich mit seinen Geschöpfen verbünden möchte. Dass er ihnen nahe kommen will. Dass er in Beziehung mit ihnen sein möchte. Dass der Schöpfer der Welt seinen Geschöpfen Zusagen macht. Dass er ihnen Lebensraum eröffnet. Dass er ihnen verspricht, sich zu segnen und zu retten. Dass er treu ist. Dass er ein Gegenüber ist. Der Schöpfer der Welt möchte nicht ein unberechenbarer, willkürlicher, unnahbarer Gott für uns sein. Der, von dem wir überhaupt nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das will er überhaupt nicht. Sondern vielmehr möchte er ganz nah dran sein. Verbündet mit uns sein. Und das bietet er uns mit dem Bund an. Und ich möchte mit euch in die Bibel schauen, was wir in der Bibel erfahren über Gottes Bund. Dieser Bundesgedanke zieht sich durch die gesamte Bibel, begegnet uns immer wieder. Die Bibel will uns Menschen immer wieder einladen, in diesen Bund hineinzukommen. Und die Bibel möchte uns helfen, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Stimmt, da ist ein Gott, der einen Bund mit mir geschlossen hat. Der einen Bund mit mir eingeht. Im Alten Testament finden wir verschiedene Bundesschlüsse. Da ist gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte der Noah-Bund, den Gott den Menschen nach der Sinnflut schenkt. Ich lese euch aus 1. Mose 9. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von dem Größten bis zu dem Kleinsten. Und das ist mein Versprechen. Weiter sagt er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Gott verpflichtet sich mit diesem Bund, dass er niemals wieder eine weltumfassende Flut schicken wird. Er wird niemals wieder so strafen, wie er es zur Zeit Noahs getan hat. Und dieser Entschluss ist endgültig. Der ist treu, fest. Der ist zuverlässig. Deshalb, dieser Bund gilt bis zum heutigen Tag für alle Menschen. Denn wir sind die Nachkommen von Noah. Ja, es werden Sturmfluten, es werden Überschwemmungen kommen. Aber Gott hat uns zugesagt, dass es niemals wieder so eine Naturkatastrophe gibt, dass alle Menschen vernichtet werden bis auf eine Familie. Und damit Noah und alle Nachkommen, so auch wir, sich daran erinnern können, hat Gott freundlicherweise ein tolles Zeichen geschenkt. Er hat uns den Regenbogen geschenkt, damit wir uns erinnern können, dass Gottes Zusage für uns steht. Und warum verspricht Gott das? Warum schließt Gott diesen Bund? Hatte er den Eindruck, dass jetzt nach der Sinnflut, jetzt haben sie es wohl begriffen, ab jetzt werden sie es gut und richtig machen. Nee, der hat damals schon gewusst, dass es nicht so werden wird. Denn er sagt ganz offen zu Noah, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend an. Gott ist sich bewusst darüber, mit wem er einen Bund schließt. Dass die es nämlich nicht immer so dolle machen. Gott schließt diesen Bund auch nicht, weil er resigniert hat und gesagt hat, Ah ja, dann gebe ich es halt auf. Die Menschen sind halt so vergebene Lebensmühe, kümmere ich mich halt um was anderes. Auch das ist nicht der Grund für den Bundesschluss. Denn das zeigt die Bibel uns immer wieder. Gott wendet sich dem Menschen zu. Immer neu, immer wieder wendet er sich dem Menschen zu. Egal, was sie getan haben. Er kommt immer wieder zu ihnen zurück. Und er tut das, weil wir seine Geschöpfe sind und weil er uns liebt. Er schaut uns an und freut sich über uns. Und er sagt, mein Geschöpf. Und du bist wunderbar gemacht. Und ich will, dass dein Leben gut wird. Und ich will, dass dein Leben gelingt. Und ich will in Beziehung zu dir stehen. Das ist Gottes Grund, warum er den Bund schließt. Warum er Noah und allen Nachkommen das zuspricht. Und daran können wir uns im Abendmahl erinnern. Dass Gott seine Geschöpfe erhalten wird. Gott liebt seine Schöpfung. Und er wird uns nicht im Stich lassen. Nach dem Noah-Bund war der nächste Bund der mit Abraham. Dazu lese ich euch aus 1. Mose 12. Der Herr sprach zu Abraham. Geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft. Und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und dann drei Kapitel weiter. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und versprach ihm, ich gebe dein Nachkommen dieses Land. Von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom. Gott erwählt diesen Abraham als Stammvater, als Anheer für ein einzelnes Volk, das er besonders segnen wird und will. Und das ist das Volk Israel. Die Zusage, dein Volk wird meinen besonderen Segen erfahren, ist mein Augapfel. Und Gott schenkt auch da wieder ein Erinnerungszeichen. Und das Zeichen für diesen Bund ist die Beschneidung der männlichen Nachkommen des Volkes Israel. Und an diesem Volk zeigt Gott über tausende von Jahren bis heute, dass er treu ist, dass er seinen Bund nicht aufkündigen wird. Wenn Gott einen Bund schließt, wird er ihn niemals aufkündigen. Und Israel wird für alle Zeiten das erwählte Volk Gottes bleiben. Da ist an Gottes Treue nichts zu rütteln. Und das sollen wir lernen, indem wir auf Israel schauen, dass wir erkennen, Gott bleibt treu, egal was der Mensch verzapft. Wir dürfen lernen, wenn Gott einen Bund mit mir schließt, dann kündigt er den nicht auf. Da kann ich mich felsenfest drauf verlassen. Aber Gott macht bei Abraham auch schon klar, dass dieser Bund über das Volk Israel hinausgehen wird. Er sagt, Abraham, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Das wird einen Schritt weiter gehen. Es wird nicht bei dem einen Volk Israel bleiben, sondern Gottes Bund wird weiter gehen. Und wir dürfen uns im Abendmahl daran erinnern, dass Gott treu zu dem Bund steht. Gottes Bundestreue kann nichts erschüttern. Von seiner Seite wird niemals ein Bündnisbruch stattfinden. Und wo immer ihr Untreue erlebt und erlitten habt, weil ihr selbst untreu wart oder jemand anders an euch untreu war, dürft ihr wissen, bei Gott werde ich das niemals erleben. Und daran erinnere ich mich im Abendmahl. Dann kam als nächstes der Mosebund, den Schloss Gott am Berg Sinai mit seinem Volk Israel. Und der Mittler dafür war Mose. Ich lese euch aus dem zweiten Buch Mose. Mose bestieg dem Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hier zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. In diesem Bund verspricht Gott seinem Volk, dass sie ins gelobte Land kommen werden, dass sie befreit werden sollen aus der Knechtschaft in Ägypten, dass sie eigenes Land haben sollen und dass sie in diesem Land gesegnet sein sollen. Dieser Bund ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Israel soll die Gebote Gottes halten, um den Segen wirklich zu erleben, wahrzunehmen, abzubekommen. Und auch hier wieder ein Zeichen. Ein Zeichen für den Bund, das ist der Sabbat. Wenn ihr lest in den Zehn Geboten, 5. Mose, da wird der Sabbat begründet mit der Herausforderung aus der Knechtschaft in Ägypten. Wenn also der Sabbat gefeiert wird, kann man sich erinnern, Gott steht zu uns als Volk. Er hat uns herausgeführt aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und das, was da schon dem Volk zugesprochen wird, dass sie ein königliches Volk sind von Priestern, das überträgt sich dann, wenn irgendwann die anderen mit in den Bund hineinkommen. An dem Volk können wir schon sehen, was Gott in diesem Bund alles sieht. Leider ist das Volk Gottes dem Bund immer wieder untreu geworden. Immer wieder haben die Menschen, die Gebote übertreten, haben Gott nicht als Gott geehrt, haben sich nicht an die Gebote gehalten. Und das, weil wir einfach nicht verstehen, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass das einzige Ziel der Gebote ist, das Leben gelingt. Gott hat diese Gebote gegeben, damit es dem Volk gelingt, miteinander zu leben und in Gottes Gemeinschaft zu leben. Aber sie sind immer wieder darüber hinweggegangen. Und trotzdem, trotz des Ungehorsams, hat Gott sein Volk niemals losgelassen und hat sich ihnen immer wieder zugewandt. Allerdings musste das Volk Israel auch die Konsequenzen für die Untreue erleben, für das, was sie taten. Es kam zu Kriegen, es kam zu Unfrieden, es kam zu Zerstörung und Zerstreuung. Aber das war eben nicht das letzte Wort, sondern bereits im Alten Testament wird dem Volk klargemacht, es wird ein neuer Bund kommen. Da kommt nochmal etwas Neues für euch, da kommt die neue Chance. Ich lese euch einen Text aus dem Propheten Jeremia, der darauf hinweist, was kommen wird. Gib acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch den anderen belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Dieser neue Bund, den Gott da ankündigt, er wird eine ganz, ganz neue Qualität haben. Da gibt es keine Steintafeln mehr mit Gesetzen, die einzuhalten sind, sondern da wird Herzenshaltung verändert. Da schreibt Gott was in die Herzen hinein. Das ist ein Hinweis auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass etwas Neues in das Leben der Menschen hineinkommen wird. Und der zentrale Punkt ist, dass die Sünden dann vergeben sind. Gott spricht den Menschen zu, Schuld wird vergeben. Und das ist, erinnert euch im Abendmahl daran, dass die Zeit des Gesetzes, der steinernen Gesetzestafeln vorbei ist. Niemand von uns muss sich durch Gesetze und Gebote knechten lassen, sondern jeder von uns darf sich danach ausstrecken, dass Gott die neue Herzenshaltung in uns hinein schenkt, dass wir frei sind von Knechtschaft und merken, wir sind Kinder Gottes. Und dann kam der neue Bund. Gott schenkte den neuen Bund in Jesus Christus, seinem Sohn. Durch Jesus hat Gott allen Menschen bedingungslose, wirklich bedingungslose Vergebung der Sünden zugesprochen und will jedem Menschen ewiges Leben schenken. Gott hat sich in seinem Bund, den er durch Jesus Christus aufgerichtet hat, dazu verpflichtet, dass er unsere Sünden in den Tiefen des Meeres versenken wird. Und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Kinder sind wir dann von ihm. Dass wir bedingungslos angenommen sind. Und wer das für sich im Glauben annimmt und sagt, das glaube ich, das möchte ich für mich annehmen, der gehört zu diesem neuen Bund, der ist mit drin, der gehört zum außerwählten Volk Gottes. Und der größte Wunsch von Gott ist, dass jeder Mensch das für sich annimmt. Er möchte jeden Menschen mit dabei haben in diesem Bund. Er sehnt sich danach. Und als Zeichen für uns, dass wir einladen und dass wir uns erinnern, hat er uns das Abendmahl und die Taufe geschenkt. Dass wir an den Punkten nochmal für uns erkennen können. Da ist ein einladender Gott, der sich selbst verpflichtet hat. Wir dürfen heute Abendmahl feiern und dürfen es nutzen als eine Zeit, in der wir uns erinnern. Gott liebt seine Schöpfung und er wird sie niemals im Stich lassen. Und Gott ist so treu, dass ein Bündnisbruch bei ihm niemals, niemals stattfinden wird. Und wir dürfen uns erinnern, es sind nicht die Gesetze in meinem Leben, sondern es ist die neue Herzenshaltung, die mein Leben in Freiheit führt. Und wir dürfen uns erinnern, so sehr liebt Gott mich, dass er für mich stirbt und mir ewiges Leben schenkt. Dieser Bund ist besiegelt mit seinem Blut. Gott ist es ernst. Und jeder von uns ist heute eingeladen, das zu feiern, sich zu erinnern, das für sich zu erneuern und zu sagen, ja Herr, ich möchte diesen Bund neu für mich in Anspruch nehmen. Wir sind eingeladen an den Tisch des Herrn, weil der Herr mit uns Gemeinschaft haben möchte. Amen.